So, kann man gar nicht nachladen. Letztes Magazin. So, weiter. Okay, da darf man natürlich wieder ins Dunkle. Okay, da ist er mal falsch. Geht's da durch? Nö. Ah, da ist er offen. Nein! Oh, 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 oh. Ja, hier sieht's aus. Oh, da sind Körperteile. Was ist das jetzt von den Fiechern oder kommt da noch mehr? Okay, hier geht's mal weiter. Ja, toll, da geht's auch weiter. Na, toll. Und rum oder oben rum? Bin ich jetzt wieder in dem einen Raum oder bin ich wieder woanders? Langsam check ich's ja gar nicht mehr durch. Na toll, sag er sie. Also, nur hier rum. Okay, da ist ein Schalter. Von hinten kommt nix. Okay. Gucken wir erstmal da oben nach. Ah, okay, das war's. Alles klar. Nein. Ui, hab ich die Draht nicht so weit hinten geworfen? Geh weg. So, tot. Oh, nur noch zwei Schuss. Okay, hier geht's glaube ich weiter. Gucken wir erstmal hier, ob's da noch Muni-Gesundheit oder so gibt. Sieht's nicht hier aus. Nö, gibt's nix mehr. Da oben. Auch nix. Okay. Da hab ich so ein komisches Piepen grad gehört. Was ist das der da? Wie sieht denn der aus? Ah, servus. Der lebt ja noch. Oder auch nicht. Oh, wie sieht denn der aus? Schon keiner von den Bäschchen, aber auch keiner von den Soldaten. Der hat das komische Resistance-Zeichen drauf. Und der piepst. Ja, dann gehen wir mal in das dunkle Loch rein. Da, lad nach. Bam. Oh, war da vorher nicht noch Gesundheit? Hm, nein. Und so weit zurücklaufen will ich jetzt auch nicht. Oh, es lebt ja noch. Komm her, komm her, komm her, komm her. Wut, 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 wut. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Oder geht's da unten weiter? Na, toll. Sehr schön. Die gehen ja nicht mal kaputt. Ah, doch. So ein bisschen. Was ist das? Bäh. Ah, bam. Muss ich da jetzt durchlaufen? Ah, toll. Und jetzt schlüpfen die sicherlich, wenn ich vorbeilauf. Ja. Nein. Geht weg. Nein, ich häng. Na, toll. Oh. Na, ja. Sehr schön. Sehr schön und sehr lecker. Wo sind wir? Da oben war nix. Ja. Ja, da waren wir okay. Rambo. Ja. Ja. Und bam. Ja, stirb halt. Bäh, bäh. Ja, ganze Munition vorbei, lotz. Sehr schön. So. Da war der Typ. Na, dann auf ein neues. Ja, kommen wir alle auf einmal. Ja, da. Da war... Iiii. So. Das steht schon wieder da. Aber nicht mit mir, mein Freund. So, Muni Feuer. Okay. So, neue Taktik. Hier war das noch nicht. Nein. So, hier war das. Also, einmal PAM. Und einmal PAM. Dann noch da hintere. Das werden schon mal ein paar weniger. Na, toll. Munitionverschwendung pur. Ja. Ja, geh weg. Ja. Na. Toll. Sehr toll. Ah. Da. Ja. 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 ja so die auch besser bewertet das haben auch munition mehr so dann wieder an die tolle position das passiert eigentlich nur die da hier hinlegen ja so das geht mal ab und das letzte steht da mal wieder so dann noch eine klein verbesserte taktik so da sind ja meine eier wieder einmal hier so da sind noch ein paar auf einem hofen so leh darf mir einsen nein geht weg, geht weg, geht weg, geht weg so wird's gemacht so, so, so so so, so listening ich wusste würde den kartenraum finden dort befand sich alles was wir in den letzten zwanzig jahren über die bestien erfahren hatten es gab karten über die invasion der kreaturen russland detaillierte autopsie berichte der bestien tabellen über verluste in europa Diese Zahlen waren nicht einmal unseren eigenen Soldaten bekannt. Es gab Aufzeichnungen, die die Wirkung des Virus auf den Menschen beschrieben. In über 6000 Fällen gab es nicht einen Menschen, der immun gegen das Virus war. Es gab auch detaillierte Zeichnungen unseres Probentanks und seines Inhaltes. Wir nennen sie Engel. Sie sind die mächtigsten unter den Bestien. Wir sind der Ansicht, dass die Engel andere Formen mit Hilfe von Telepathie kontrollieren. Soweit ich weiß, hat diese bereits hell kontrolliert. Was für ein toll ausgewählter Name. Engel von der Bestie. Und so heißt auch die Mission. Engel im Nordkommandum, 8.03 Uhr. Und die sind schon 20 Jahre da, die Viecher. Ja, sehr schön. Dann suchen wir mal den Engel. Oder bekämpfen ihn, ich weiß es nicht. Ja, mein Freund, das Spinnenvieh, war da gerade. So, ist das die richtige Richtung eigentlich. Ja, ist gut. Oh, das war die richtige Richtung. Oh, das war die Richtung.